ja hallo erst mal und wieder herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin der terra wir sind dabei hier liberation oder wenn es heißt wir sind in der normandie gelandet ja ja in frankreich frankreich na dann komm da sind wir gestern schon gelandet jetzt machen wir mal gucken hier was uns hier erwartet so heraufgucken überlänge machen und mal gucken ob wir drin haben die schroth die echt haben die schroth ausgesagt ausgesucht schroth munition panzerbrechende jeweils 20 gleich mal ein bisschen sortieren so panzerbrechen gut gut ach wir sollten die vorhin noch mal alle kurz durchschalten sonst wenn wir da schießen wollen denn huch weil der fängt ja erst zu laden an drei schoss wir haben wirklich nur einen stimmt ja so von da sind wir abgestülpt wer weiß wie viele stunden wir uns hier rein äh brauchen die machen ja wie immer schön sachte und leise ne das übernehme ich natürlich ziel aktualisiert oha oha was ist das hier über den fluss befindet sich ein 222er panzerwarrn der deutschen die den müssen wir also ausschalten oder warte mal kurz holprige landung das da an dem ist das erste grundziel ok wir haben noch einen auf der todesliste jan trautmann kommt das mal ein bisschen reinkommen hier hier kommt von hier ist das bestimmt irgendwie so ein bauernhof oder was und hier müssen wir mal sehen wie wir da irgendwie rüberkommen dann haben wir noch verdächtiges verhalten tötete die scharfschützen die die westliche brücke verteidigen scharfschützen der siegeflieger des funkers ist in der nähe einer artillerie stellung abgestürzt aha was hier laut den daten von aufklärungsflugzeugen wäre dies ein passender einstiegspunkt für diese mission ach ist das wie hier so ein komisches lagerfeuer ich glaube ne und gebiet verlassen oder was berichten am us-ranger die deutschen angriffen die die brücke halten aha 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 ok konzentrieren wir uns mal auf den hier den panzerwagen wir hatten ja in der letzten folge oder vorletzten folge da auch ein panzer beschossen mit unseren scharfschützen gewählt vielleicht ist er ja in der zwischenzeit explodiert weil der ja nicht mehr da war kann ja leider ok gehen wir mal weiter blau ist alles für von uns ne ach ja raffert gewalt worden mit sehr betreffend er kamen vorgelegt erbrechen freundlich erst möglich sein es dann für die Okay, was ist hier neu? Ach hier, ne, oder? Laut den Daten... Ach, auch nochmal hier, so ein Einstiegspunkt. Okay. Ich dachte, es hat Neuse aufgeploppt. Ne. Gut. Berteilungsanlagen ausschalten. Hier ist auch noch einer. Wo ist er? Oh. 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 Nazis haben einen Sniper, die auf die Brücke sehen. Unsere Jungs sind aufgelistet. Die Basteren nehmen Schreie und alles, was bewegt. Wir müssen ihn rausnehmen. Und schnell. Nicht schau, ich habe noch einen Sniper gefunden, der mich noch zu schützen kann. Okay, der Baster fährt da umher. Im Lkw. Kommen wir uns hier verstecken im Dings? Warte mal. Lassen wir uns mal gucken. Ah, das ist Melchie. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Das ist eine Schnapperstellung, oder? Ja. Ah. Wurst ich doch. Wie weit war der entfernt? Weil da würde ich mich auch verstecken und Symptome. 233 Meter. Trauen wir uns dazu, oder? Hier ist noch was. Oh, da kommt noch ein Lkw. Oh, da kommt noch ein Lkw. Hier ist schier los, ne? Wo fährt der hin? Ich würde gerne den Karschützen aufschalten. Von hier aus. Aber die sind wieder wieder ziemlich dicht bei den anderen dran, ne? Warte mal. So. Hatten wir nicht welche markiert hier, oder? Sehen wir die gerade nicht. Da ist noch ein Lkw. Das ist noch ein Lkw. Was ist noch ein Lkw? Keiner gehört? Oh Gott. Wäre ja fatal, wenn wir am Anfang sterben. Wir haben nämlich keine Deckung, so wie es aussieht. Ich könnte wohl die NK-14 da hätten. Die Fall war der 200. Ach, haben die ihn gesehen, oder was? Eine Leiche! Ich könnte den sehen, schade. Okay, okay, okay. Die machen einen auch vorsichtig. Wir wollen ja hier lebend rauskommen. Na, die kommen doch hier alle raus, oder? Oder? Okay. 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 Wir machen die Pistolette, oder? Okay, die haben sich wieder beruhigt. Bloß wenn ich die jetzt anschieße, sind die weit weg. Kommt denn noch ein LKW, oder was? Ja. Resolution. Gera. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich mache keinen Tag. Ich freue mich schon auf mein Bier. Der fährt weiter. Hier hast du echt keine Deckung. Das ist echt fies. Arbeitet, arbeitet, ja, ja, ja. Den haben wir noch nicht, ne? Nun komm. Ah, sind aber zwei, ne? So, erstmal wieder sortieren hier. Wo sind wir hier? Wie weit ist er weg? Vor allem schon auf mein Bier. Sind zwei, ne? Das ist aber das nicht. Oder? Ne? Bekämpfung mit einer Handkanade hingeworfen? Die Nazi-Patrollen sind in voller Kraft. Richtig schön! Ich hätte besser gehen. Okay. Hat keiner so mitgekriegt, also die Information für uns. Warte mal. Was ist an diesem Körper? Verbände sind gut, ja. Kann sie nicht echt irgendwo verstecken? Hä? Wer? Ich höre jemanden trapsen. Können wir Granate werfen? Ach nee, hier so. Achtung, Granate! Was? Ah, war natürlich so. Da ist noch einer. Der hatte ja gleich geworfen. Das ist natürlich doof, ne? Ja, lass mal beruhigen. Aber die Wellen uns sehen hier. In dem Gras. Hä? Was? Ist in Ordnung? Der ist außer Gefecht. Kann wieder aufstehen, ne? Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, wir müssen die Motion wechseln. Oh, 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 oh! Der wollte ihn wegtragen. Hast du das gesehen? Unter dem LKW durchkrabbeln geht bestimmt nicht hin. Sprengfalle oder Geräuschkulisse? Jetzt können wir von der anderen Seite noch mal einsammeln, warte, 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 warte. Wir machen mal eine Sprengfalle, würde ich sagen. Zur Absicherung, falls von daher jemand kommt. Warum können wir das nicht öffnen? So, die sind da. Sprengfalle, Tellermine? Haben wir keine Handgeladen? Ne, ne. Ah, okay. Die haben sich wieder beruhigt. Ach, nicht da hinten. Brechstange, ne. Oder so weit. So. So. Und sabotieren. Kann natürlich sein, dass jetzt alle herkommen, ne. Oder auch nicht. Das ist schon mal gut. Lass uns mal liegen. Komisch denk, dass Brechstange oder was ist, ne. Einsammeln. So. Wir haben ja noch die... Den anderen auch noch mal aktivieren. So ein Peng-Peng machen. Besser wäre es, ne. Dann haben wir zwei Geräuschquellen. Was ist mit dem hier los? Hm. Warte mal. Warte mal. Ist da was denn hier? die waren auch noch welche oder haben sie sich alle verpieselt kommen wir gar nicht rum da gibt es ja hier der scharfschütze ist da oben kommen wir nicht hoch leider nicht die kommen hier rein aber hier drinnen ist nichts weiter aber hier kommen wir auch nicht raus haha wieder bussen scharfschützen darf schießen nicht der uns noch gefährlich wird die alle nie mehr da dinks vom die haben wir doch schon mal markiert warum macht er das jetzt nicht keine ahnung besten schussfeld haben wir noch ein bisschen weiter weg der geht ja draußen her kommt ja auch nicht hoch okay mal gucken da ist er denn ja der geht da wieder lang okay okay Gut, 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 gut. So, die Seite hält mir sauber. Wo war der Stabschütze da, ne? Aber der geht da hinten lang. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, der hat uns gerade gespottet. Okay, ich will auch mal wegkommen. Ich gehe mal wieder ein bisschen zurück, weil die anderen werden jetzt gleich hierher kommen, oder? Oh, ho, 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 ho. Ja, die kommen hierher gelaufen. So, am letzten Standort. Da war beim Durchgang. Haben wir schon mal eingekillt? Gut. Bleib mal hier. Peng, peng. Beruhigen sich wieder, Gott. Zumindest eine. Hier. Wo kommen sie noch her? Und wenn, dann kommt es von da, ne? Oder auch von da. Können wir hier rüberschießen? So. Ja. Aber Hauptsache, wir haben den Scharfschützen weggemacht. Das ist schon mal gut. Drei Medipacks haben wir schon mal. Das ist schon mal. Sehr gut. Sehr gut. So. Gucken. Peng, peng. Ja, die gehen wieder zurück, Gott. Die könnten eigentlich mal rüber gehen, ne? Mal gucken, was die einer da fallen lassen haben. Da hinten. Das sieht ja ganz gut aus, so als Sniperposition. Behaupte ich mal so. Und mal nun gleich ein Leichtshinn. Dass wir erstmal die Gegend auskundschaften. Ich brauche eine bessere Sicht. Da, die Schäune. Guck mal, da ist so ein schönes Ding zu. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Das ist alles. Granate. Erstmal zu suchen. Und dann Sprengpalle, ne? Ach, ein Generator ist ja auch noch. Das ist schön. Kommt hier jemand angefahren? Nee, ne? Erstmal gucken. Schützmine. Okay. Wo können wir die platzieren, warte mal. Die könnten von hier kommen. Von hier hinten, ne, warte mal. Schützemine. Haben wir die Kreide aufgesammelt? Hä? Granate. Ach so, ohne Timer, okay. So, mal gucken. Ach, der andere war ja eine Teller-Mine, ne. So heißt das ja. So, kann man in dem Haus rein? Bestimmt nicht. Überall Lavendel, aber kannst du dich nicht im Lavendel verstecken. Na Gott. So, wir gehen mal hoch. Die gelbe Kiste, ich weiß nicht, was das zu sagen hat. Ne, hier ist keiner, okay. So, hier ist noch ein Mkw. Sabotieren. Wie viele Granaten haben wir? Zwei. Äh, sabotieren. Mach mal, noch mal laut. Dann können wir auch noch mal den Generator noch mal anschmeißen, oder? Geräuschmaskierungsexperte. Oh ja. Das sind wir. So, hier geht's hoch. Standard-Giwehr-Munition, alles klar. So, mal off-decken. Da ist eine. Da ist eine. Mann, falsche Tasse. So. Hier wird noch eine. Ach, da ist er. Gut. Kommt er hierher? Okay. 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 Gut. Keiner mitbegriffen. Noch nicht. Die haben noch Panzerbrechende 11. Aber das sind ja alles Normale zu deuten, ne? Die haben keine Helme auf, ne? Ne. Der hat einen Helm auf. Wie weit? Hopp. Da ruft die Alarm. Ach, da oben. Rütsche weg. Da laufen sie, die Hagen. Ich habe auch gar nicht nach Alarm gesucht. Auch die Bolzenschneide für uns. Solange keiner Alarm auslöst. Oh, da ist ja der Panzerwagen. Warte mal. Jetzt lösen sie den Alarm aus. Der Panzerwagen. Der Panzerwagen könnte überrannt werden. Eben. Ah! Nu! Mal schnell weg hier. Aus dem Gebiet. Laufen mal zur anderen Seite rüber. Die wollen ja nicht überrannt werden. Mal weg. Jetzt kann ich den Film rein. Ich habe den Film gehacken. Das macht uns jetzt die Arbeit schwerer, wenn die jetzt hier Alarm haben. Hier oben haben wir aber nicht, wo wir irgendwo hoch können. Die sind alle da. Gerade alles durchsucht. Keinen zu sehen. Da kommt noch einer. Die wollen es mal nicht verraten. Wer sind denn hier? Da muss einer ganz dicht sein. Da. Ok. Hat der uns gesehen? Ehrlich? Da haben wir Pistole nicht. Lassen wir ab. Ja, der ist hochknapp. Ich weiß. Ist natürlich blöd gelaufen, da der Panzerwagen uns gesehen hat. Ohohoho. Das wird ein böses Ende nehmen. Ich habe das Gefühl. Ich habe ein ganz böses Gefühl. Ich habe ein ganz böses Gefühl. Das nimmt ein böses Ende. Ich habe das Gefühl, dass wir alle wieder beruhigt haben. Würde ich sagen. Ja, der Terror muss auch mal erst wieder rein kommen. ins Spiel, wenn er einen Tag nicht gespielt hat. Da hatten wir schon eine Sprengpalle. Die haben sich beruhigt. Naja, nicht alle. Die suchen noch. Da hinten. Da ist doch weh. Da können wir nicht entdecken oder was? 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 Jetzt sind sie wieder alle aufgeregt. Haben die ein paar Leichen gefunden oder was? Wieder nicht. Wieder doch. Doch nicht. Die können sich nicht enthalten. Ahhhhhhhh. Ich muss nicht. Auf uns mal komplett zurückziehen. Weil ich muss mal kurz Weiter Dann machen wir jetzt mal kurz Pause Oh, gut, dass wir wieder weggegangen sind Hohoho So Einen Fallensteller haben wir auch Aber der ist nur bewusstlos Er ist natürlich doof Wir machen hier mal Pause Ich bedanke mich fürs Einschalten Viel Zuschauen, wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht Denn in der nächsten Folge Bis dahin, bleibt gesund Abo und Like nicht vergessen Denn sag ich mal Ciao Euer Terra